Was fällt Ihnen sonst noch zu Mooskirchen ein? Klarerweise wahrscheinlich auch die Musik, die Mooskirchen hat, die es schon seit vielen Jahrzehnten gibt, auch die Philharmonika der Volksmusik genannt. Und Stichwort Volksmusik und Philharmonika, lassen wir es gleich einmal aufgeigen, oder? Hier sind Sie, die Mooskirchen. Es klingt Musik, sie ist wie Sonnenschein, der Wärme geht dem Leben. Wer hat's vernommen? Es klingt Musik, es ist auslauscht in alle Herzen nur für sie. Wer hat's vernommen? Es klingt Musik, sie gibt ihr Kraft und Musik ist ein Hall vom Leben. Und Menschen singen, Gitarren klingen, Gefühle treiben wie im Wind, das ist Musik. Musik Wer hat's vernommen? Es klingt Musik, es ist ausführlich, es würde sich die ganze Welt verstehen. Ob Menschen singen, Gitarren klingen, Gefühle treiben wie im Wind, das ist Musik. Musik Wer hat's vernommen? Es klingt Musik, es ist ausführlich, es ist ausführlich, es hilft die ganze Welt verstehen. Ob Menschen singen, Gitarren klingen, die muss kirchner dankeschön mario pierstinger darf dich zu mir bitten ganz kurz also musik die um die welt gegangen ist auf jeden fall schon viele jahrzehnte unterwegs mit der musik mit den muskirchner ja man glaubt es kaum lieber oliver wir sind sage und schreibe über vier jahrzehnte unterwegs nicht immer in dieser besetzung die haben wir natürlich in den letzten jahren aktualisiert aber seit 1975 sind die muskirchner auf weltweit unterwegs und mittlerweile gibt ihr euer wissen euer können eure virtuosität auch weiter sehr viele sind glaube ich lehrer ja wir sind einige musiklehrer in der gruppe und das ist ein schönes gefühl so wie ich in der musikschule tätig bin den jungen menschen die musik das spielen des instruments weiterzugeben ist es eigentlich wieder ein instrument das im trend liegt leider nein leider nein aber ich versuche dass es im trend bleibt aber wie gesagt es gibt ja auch die instrumente mit knöpfe die sind momentan gefragte du generell vom sound her der ober kleiner sound nach wie vor auch wieder gern gehört und gern gespielt ober kleiner sound ist immer gern gehört und gespielt allerdings hat sich natürlich die zeit schon geändert und gewandelt und wir muskirchner sind auch mit im trend und wenn party stimmung ist dann machen party stimmung und bei den ober kleiner konzerten sind wir natürlich auch dabei seid ihr auch dabei dankeschön